Ich weiß noch sehr genau vor 50 Jahren, als ich mit meinem Klapprad hier vorgefahren bin, wo der Hoteltum gebaut wurde. Was hast du dir gedacht, als du zum ersten Mal vor diesem Gebäude gestanden bist? Brutal. Darf ich reinkommen? Gerne. Ich habe zwei außergewöhnliche Apartments. Platz ist hier Mangelware. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, hier wohnen ja 300 Leute. Dann sind wir schon, ich glaube, 20 Feuerwehrleute im schweren Atemschutz in Griechen gekommen. Die Putzfrau ist gekommen und man sieht das ganze Zimmer nur voller Blut. Die wäre ja fast umgefallen. Hier wohnen nur die Vögel. Entsteht dieser kleine Zwilling zum Hoteltum?